Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Let's Play Never Alone, wo wir hier in diesen Brückendingen oder was auch immer das ist. Okay, hier haben wir wieder einen Vogel, der uns helfen möchte. Aber irgendwie kommen wir da noch nicht ran. Muss der Hund vielleicht hier hoch, also der Fuchs hier hoch, dann darüber. Oh, gerade so. Und jetzt runter zu dem Mädchen. Sehr gut. Nicht fallen, oh Gott. Nee, so war das nicht ganz geplant. Kommen wir hier rüber wieder. Genau, mit ihr nehmen wir Anlauf und der Fuchs kann das jetzt wieder steuern. Das sieht so aus, als könnte man dort unten rein. Habe ich euch schon zu neuen Folge begrüßt? Ich bin gerade so abgelenkt. Ich bin gerade so weit. Ich bin bereit, dass ich das Wasser nicht will. Ich bin bereit, dass ich das Wasser nicht mehr verletzt habe. Ich bin bereit und bin bereit. Ich bin bereit. Okay, müssen wir das garantiert in der linken Richtung suchen oder eher in der rechten? Da oben liegt was. Das ist aber, glaube ich, ein Seil, was wir ihr runterstoßen können. Gut. Schafft sie? Ne, da muss ich umswitchen, okay? Ich dachte, die KI weiß alleine, dass sie das machen muss. Aber ich bin jetzt halt unsicher, in welche Richtung wir... Okay. Die sehen böse aus irgendwie. Wollen wir mal schnell in die andere Richtung gucken gehen? So viel dazu. Okay, wir müssen als Fuchs wahrscheinlich darüber springen und rüberklettern. Oh shit, läuft doch nicht. Oh, oh, oh. Okay. Huh, nicht fallen. Oh, fallen ist okay. Objekt greifen und bewegen, Luna. Okay. Nein. Mit X. Ich schaue mal kurz bloß, wo wir das brauchen könnten. Braucht der Fuchs das, um dort hochzukommen? Ich schaue nochmal was hier. Hier ist nichts. Okay. Können wir mit Luna schieben? Ah, sehr gut. Können wir auch machen. Wie sie sich dagegen stellen mit ihren kleinen Beinchen. Und der Fuchs lässt das Taxi mit sich machen. Okay, wir müssen jetzt hier hoch. Und das Seil runter. Und dann greifen wir es mit Luna und kommen hier schon mal rüber. Sehr gut. Oh Gott. Oh nein, wir müssen... Mist. Ich wollte das Gewicht nach hinten verlagern, damit das Ding hoch schnippst. Aber wir hätten einfach nur warten müssen. Okay, verstehe. Dann wirf das mal hoch. Oh Gott. Der wirft also nicht immer nach hinten. Wir müssen uns also doch nach hinten stellen, warten, bis der Typ wirft. Und dann springen wir zu ihm hoch. Okay, komm her. Und weg, 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 weg. Oh. Ja, da hat es nur einer geschafft. Okay, hier hinter. Ich bin zu früh. Wir brauchen, glaube ich, auch mehr Bälle, die das oben halten. So. Der erste, bitte. Noch ein. Der müsste eigentlich schon reichen. Hebs. Mitten ins Gesicht. Okay, Prinzip stimmt da, aber wir waren bloß am Ende wahrscheinlich zu langsam. Hebs. Nummer eins. Und. Und. Hebs. Halt ihn auf, halt ihn auf, halt ihn auf, halt ihn auf, halt ihn auf. Geht es hier hin und weiter, oder sterbe ich, wenn ich auf die Dinger drauf trete? Nee, ist alles okay, gut. Wo müssen wir? Wir müssen dort hoch, oder geht es hier hinten auch noch? Nee, wir müssen da hoch. Okay. Das müssen wir mit dem Fuchs machen. Hoch. Denn der Fuchs muss dort hinten, dreht dich um. Komm, 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 komm. Hm, hm, hm. Der Fuchs muss ihr das Seil runterschmeißen. Und. Sehr gut. Und Seil. Und sie braucht die Kiste dorthin. Ich hab gedacht, das sei das ein bisschen länger. Ich find das Detail auch sehr schön, dass sie sich sogar beim Kistenziehen unterschiedliche Animationen ausgedacht haben. Realistische Animationen vor allen Dingen auch. Super. Ich hab dich. Okay, was ist das, was er uns gegeben hat? Können wir das irgendwie ausrüsten oder so? Nee. Können wir überhaupt zurück? Oder sollen wir weiter nach rechts? Nicht runterfallen. Aber hier kommt auch niemand, um uns abzuholen. Und ganz rüber schaffen wir es dann nicht. Ich glaube also, wir sollen wirklich nach rechts weitergehen. Warum bleibt ihr da stehen? So, Dorf-Historiker. Hier waren wir ja schon. Aber gibt es hier denn einen anderen Weg als den, den wir genommen haben? Oh, ich liege doch auf dem Boden. Aber vielleicht war das so von der Wohlerziehen von Nuna mit rechts. Huch. Entschuldigung. Bin ich doof? Ich bin doch bei Nuna, oder? Ja. Wohlerziehen. Hier steuere ich sie doch. Ah. Kommt sie zurück zu mir, oder muss ich sie holen? Ich muss sie holen, oder? Okay. Jetzt hab ich's. Ah, damit... Ich verstehe. Damit setzen wir die frei. Noch können wir aber hier nicht hoch. Jetzt erst. So, komm. Komm. Sie springt einfach weiter. So. Und jetzt mit Nuna auch noch hier hoch. Gut. Warum leuchtet das Eis so? Kommt wir denn da drüber? Kann ich das abschießen? Ah. Okay. Nun was verbrannt. Wieder was zum Abschießen. Okay, leicht daneben. Das ist aber echt schwer. Oh Gott, ich bin aus Versehen gesprungen. Ist aber echt schwer zu treffen mit Controller. Ich meine, ich bin ja schon so kein... Spezialist in Hand-Augen... Kein Spezialist in Hand-Augen-Koordination, wollte ich eigentlich sagen. Oh Gott, ich bin so ein Trottel. Warum springe ich immer? So, weiter. Ich hab gedacht, ich schaff's noch. Diesmal hab ich mich nicht vergriffen. Das hab ich sogar bewusst gemacht, traurigerweise. So, und schnell hier rüber. Weil ich glaube, es kommt gleich wieder eine Böe. Okay, hier muss der Fuchs wieder durch, oder? Nee, das kann doch nicht sein, denn sie... muss ja... Oder kann er das auch sammeln? Nimmt er das mit? Ah, hier hinten geht's lang. Okay. Okay, und jetzt wechsle ich auf Nuna. Krass, cool. Komm her. Oh. Recht schwerfällig. Kannst du noch mal ein Stück runterkommen? Ah, geht schon, okay. Und he... Schnell weiter. Okay, da oben ist was. Jeder von euch Ego-Shooter-Spielern, Ego-Shooter-Spielern, wird mich auslachen dafür. So. Hipp. Ah, wieder mit dem Wind, ich verstehe. Okay, dann nehmen wir mal ihn. Ja, genau die falsche Böe genommen. Und? Sehr gut. Er, er, er... Nein, nein! Hey, der will mein Ding haben. Wie ist es? Okay. Au! Einen Schlag, komm, wir sind tot. So. Wir haben schon, okay. Komm, komm, komm. Lauf, 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 lauf. Ich mag Verfolgungsszenen nicht. Ich bin so schlecht bei sowas. Nein! Ja. Was? Warum bleiben wir nicht unten? Komm! Gib mir die Bohla. Wieso stirbt der nicht? Oder fährt runter? Wieso stirbt der nicht? Oder fährt runter? Ja. Dann, dann hörte der Sturm kurz auf. Doch schon wurde es wieder windig. Es wurde schwierig, in dem Schneesturm etwas zu sehen. Und dann, liebe Leute, würde ich sagen, machen wir auch einen kleinen Break, wollte ich sagen. Was? Eine kleine Pause und legen in der nächsten Episode wieder los, wenn es heißt Let's Play Never Alone. Bis dann! Tschüüü! 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 Tschüüü!